Sind das schon alle? Ja, zweite Schwester. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten, sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Ich denke, jemand sollte mal vortreten. Für das Imperium. Sind doch alle entbehrlich. Ja, seid ihr. Oh mein Gott. Ich habe den Jedi. Oh, Mann. Und dann hab ich euch gebeten. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Keine Bewegung Wie kommst du hierher? Ganz ruhig Blinder Passagier Weg zu Moster Boah, richtig geil Und das Licht wird jetzt tatsächlich schon mal besser geworden Als ich es immer gesehen habe, geil Ich hätte mir nämlich immer gedacht, das sieht dann so aus In dem Trailer, aber das sah es halt nicht so krass aus Meiner Meinung nach Aber jetzt, es sieht halt nochmal mega geil aus Und jetzt will ich mal kurz was gucken Wir haben ja jetzt das Licht wird hier Aber wir können leider noch nichts drauf machen Weil ich habe mir das vorbestellt Jedi Fallen Order Und da gibt es eine orangene Farbe Eine orangene Lichterfarbe Und das finde ich immer richtig cool Aber alter, ist das cool Nice Aber leider schade, dass Brauf gestorben ist So cool, der Typ Och schade Achso, kann man blocken Ach ja Ups, Alter, das ist falsch Knopf drückt Aua Kann ich hier irgendwie? Nee Muss ich mit blocken Jetzt Ich muss ja mal trauen, mir in den Räumen reinzugehen Weil ich denke immer, dass ich das nicht sofort kann Ich denke, ich denke, dass ich das nicht Drei mal, ich denke, ich denke, ich denke, ich denke, es geht Oh. Ist sie schon? Aha. So. So, ich habe das schon öfters jetzt hier durchgemacht und unmittelbar vor dem Angriff eines Gegners. So, wie oft muss ich das machen? Weil ich habe das jetzt gerade eben durchgehend muss ich das machen. Ja. Nice, so sieht es aus. Okay. Jetzt können wir das auch gegen das Ding hier benutzen. Ah, ne. Du kannst mich nicht besiegen. Weil ich das am Anfang gerade eben habe ich das ein paar mal gemacht und bin auch ein paar mal gestorben. Äh, hier. Ähm. Ähm. Einfach nur, weil ich das irgendwie nicht so richtig gecheckt habe hier, wie ich das machen soll. Und ich musste erst die Quest machen, die an der Seite stehen. Äh. Und dann. Äh. Ging. Ging jetzt erst weiter. Ich habe mich erst gewundert. Es war aber noch, ähm. Ah. Ich kann auch runterrollen. Wenn der Flüchtige hier entlang kommt, bin ich bereit. Ich habe jetzt ein paar mal gemacht, aber ich denke mal, wie soll es funktionieren. Äh. Ich habe noch ein paar Probleme, äh, mit wo ich hingehen soll. Das weiß ich auch nicht so. Aber. Ja, ich denke ich mal schon hinbekommen. Ich habe noch ein paar Mal gemacht. Äh. 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 Okay Ja Bam, Junge So sieht's aus Schön, aber man muss da schon mit klarkommen Irgendwie Man muss auf jeden Fall damit klarkommen So Geh nach vorn Halt den Zug auf Ah, lol Achso, da ist ein Rohrhock Ja, da wurde ich getroffen Uff, okay Wow, das ist die Ich kann nur auf Entschuldigung. Ah, geil. Die Retter in Not. Hä. Wenn jetzt noch Sturmtobler da sind, dann würde ich mich wirklich fragen, was die wir hier machen in deinem Leben. Äh, achso, rüber. So, wo? So, wo? Achtung! Holt ihn heute! Wir werden nicht... Jemand anderes soll ihn antreifen. Schiebt sobald ihr könnt. Lass ihn uns ordentlich verprügeln. Oh, die fahren weiter. Das ist schon eine Hauptsache. Was jetzt? Tja. Das ist nicht gut. Ah. Uff. Kann er sich mit der Macht aufhalten? Ah. Uff. Wohin des Weges? Ich kenne diese Haltung. Vielleicht hattest du doch etwas Ausbildung. Wer war dein Meister, Padawan? Hab ich ihn vielleicht umgebracht? Welcher Jedi gab für dich sein Leben, sodass du am Leben bleibst? Du hast Angst, was? Nee, he, he, he. Uh. Du kannst nicht ewig davonlaufen. Achso, ich könnte schon die ganze Zeit angreifen. Das wird dein letzter Schlaf. Du musst dich schon steigern. Okay. Die ist gar nicht mehr so schlecht. Hehehe. Das wird sowieso nicht... Uh. Die benutzt aber sehr, sehr oft die Macht im Kampf. Das für Dinge, die man eigentlich noch nicht so richtig gesehen hat. Zum Beispiel auch in den Filmen. Du musst dich schon steigern. Uff, scheiße. Ja, ich weiß. Ich weiß. Also, ich spiele das zum ersten Mal und auch so ein Game allgemein. Habe ich noch nie richtig gespielt. Das ist natürlich auch richtig geil, ja. Uff. 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 Ich bin jetzt hier ein Feuer aufgemacht. Uff. 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 Okay, schalt das Ding aus und setz dich hin. Okay, schalt das Ding aus. Und da sie jetzt weiß, wer du bist, wird sie weitermachen, bis sie dich vernichtet hat. Woher wissen sie so viel? Und warum die Hilfe? Wir tracken die imperiale Kommunikation. Wir wussten, dass die Inquisitoren nach Bracker wollten. Also kamen wir auch. Ach ja? Wie viel Kopfgeld gibt's denn zur Zeit für einen Jedi? Wie? Das nennst du Dankbarkeit? Ich versteh schon. Du hast so lange allein ums Überleben gekämpft, dass du niemandem mehr trauen kannst. Und nur deshalb lebst du noch. Aber hier geht's um was viel Größeres als blankes Überleben. Nämlich? Dem Wiederaufbau des Ordens der Jedi. Zu zweit? Sonst noch jemand? Oh, sind wir nicht gut genug für dich? Der Rat der Jedi? Ist verloren. Dann bleibe nur noch ich. Captain, nehmen Sie Kurs auf Boran. Aye, aye. Und bis dahin kannst du dich ausrufen. Du bist in Sicherheit. Im Moment. Im Moment. Im Moment. Untertitelung des ZDF, 2020